Und herzlich willkommen zurück zu LEGO Marvel Super Heroes. Wir haben in den letzten Part den Daily Buggy freigelegt. Bevor ich da reingehe, möchte ich eigentlich noch Charakter tauschen können. Das kann ich ja irgendwie immer erst, wenn ich dann so ein Heli kälber. Ja, da wäre eine Nebensunion. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass ich direkt hochfliegen muss zu den komischen Leuten da. Nee. Dann hier an aller Ruhe Charakter wechseln. Ich tausche jetzt einfach mal... Wo ist dazu? Jean Grey. Weil die ist, glaube ich, der Unsichtbaren am ähnlichsten. So, ich gucke mal. Ja, jetzt kann ich Charakter tauschen. Wunderbar. Der Rest war mir eigentlich egal. Hauptsache Charakter tauschen. Weil dann kann ich jetzt auch mehr Nebemissionen machen. Weil wer den letzten Part geguckt hat, weiß, dass wir heute Nebemissionen machen wollen. Ein paar. So halt normale Partlänge wie immer halt. Und irgendwie ist es ganz schön dunkel geworden, als ich angefangen habe, was zu machen. Ich bin's mit weiteren Geschichten vom Pool. Drüben im Büro vom Daily Bugle. Agent Coolerson sorgt dafür, dass Block das Chaos beseitigt, das er angerichtet hat. Ihr Kinder räumt sofort hier auf und ich verrate allen, dass dein zweiter Arm Olivia ist und du alle Augenklappen von Nick Fury kaufst. Hey, ist einer dieser Arme vielleicht ein Staubsauger? Okay, es geht irgendwie nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Oh, wir müssen gegen Doc Ock kämpfen, glaube ich. Willkommen auf Level 7. Okay. Okay. Interessant. Aber wir können zu Doc Ock wechseln. Er hat so einen ähnlichen wie einen Spinnensinn. Das ist ja interessant. Ein bisschen. Schauen wir mal, was passiert. Ah, jetzt können wir, glaube ich, den Feuerlöscher machen. Einfach mal hier rauf springen. Okay. Das ist sogar ein ganzes Level. Mit True Belief Balken. So, hier brauchen wir auf jeden Fall Doc Ock. Feuer haben wir erledigt und jetzt können wir... Doc Ock hat doch nicht echt die gleichen Fähigkeiten wie Spider-Man, oder? Was ist das denn für ein Witz? Jetzt mal ohne Shit. So, was haben wir denn da alles? Hier, komm, machen wir hier was. Der kann doch schon wieder was basteln. Der Boden könnte mal wieder geputzt werden. Ach so. Man muss sich wahrscheinlich... Jetzt ist das eine Art Staubsauger. Die blauen Teile jedenfalls. Machen wir gleich. Wenn wir nicht aufsagern, kommen wir hier gleich. Ach, das ist der. Eins von drei? Äh. Komm, wir haben einfach mal einen gewissenen Bogen. Zwei von drei. Und? Zwei von drei. Staubsaugen erfolgreich. So, da ist Deadpool drinne. Was macht der denn da? Also das ist ja mal eine richtig interessante Nebensse, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Wer ist das eigentlich? Ich hab jetzt gerade keinen Plan, wer das ist. So. So. Ach so, jetzt muss ich hier auch noch die Tür neu basteln. Hoffentlich hab ich da jetzt keinen Fehl in der Rotschen sein. So, hier brauchen wir eigentlich jemanden, der Zischukräfte hat. Das haben wir aber gerade nicht. Weil... keiner von den beiden diese Art von Fähigkeit hat. Hey Doc, willst du helfen, das Fenster da zu putzen? Sehr gerne. Ich werde beweisen, dass sogar meine Putzkünste euch allen überlegen sind. Der hat echt ne komische Stimme, der Kollege. Eins von drei. Nehmen wir mal an, wir müssen hier etwas kaputt machen. Komm, nehmen wir mal den hier. Ne, nehmen wir mal nicht den hier. Na, jetzt können wir hier schon ein bisschen hin basteln. Müssen wir wohl noch ein bisschen mehr kaputt machen. Komm, ihr musst doch. Wenn ich keiniges gedrückt hätte, schießt ihr dann? Ne, wir können weiter basteln. Egal, basteln wir mal weiter. Aber können wir gleich direkt noch weiter basteln. Und jetzt können wir das da einsetzen. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne, hier können wir noch nichts zusammenbauen. Jetzt aber. Boah. Boah. Oh Mann, ich dachte schon, wir kriegen dieses getrocknete Katzenfutter nie von der Decke. Aber hey, man könnte jetzt hier glatt vom Boden essen. Gut, Ladies. Ich nehme alles zurück, was ich hier bei euch drucken ließ. Doc und Colson, ich mag euch. Ihr könnt meine Schwester heiraten. Auf ein Jahresabo für den Daily Pudel gibt es 50% Rabatt. Und Deadpool tanzt. Aber mehr ist jetzt nicht passiert. Was hat uns das jetzt gebraucht? Außer eine nette Leben. Aufgabe Papierkrieg. Ja gut, da hätten wir... Ach, freie Spiel haben wir da jetzt abgeschlossen. True Believe haben wir jetzt nicht geschafft. Agent Colson haben wir jetzt. Das ist nicht schlecht. JJ, okay. JJ, JJ. Ein paar Punkte noch. Ja. 5% haben uns gefehlt. Das ist traurig. 40% haben wir jetzt immerhin. Jetzt können wir aber direkt fortsetzen. Ich hoffe nicht, ich muss jetzt schon wieder Charakter tauschen gehen. Ach, jetzt sind wir direkt hier. Jetzt bin ich auch noch mit der hier. Na ja, komm. Ihr Fantastischen Vier, wir brauchen euch sofort auf dem Heli. Wir machen den Abgang. Ja, schön. Naja. Das wird nischt. Du kannst die Fahrzeuge... Ne, wir wollen jetzt erstmal wieder Charakter wechseln. Dann können wir nochmal unsere Flugmission probieren. Wenn wir die probiert haben... ...und geschafft haben. Also schaffen wäre natürlich toll. Schaffen werden wir es wohl nicht, so wie ich mich kenne. Ja, und dann mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes hinkriegen. Wir haben jetzt fast 10 Minuten, naja, 8 Minuten gebraucht, um die Dog-Op-Geschichte zu machen. Ach, jetzt hatte ich schon wieder Panik. Und dann gehen wir halt wieder auf die Erde, gucken, was wir da finden, was wir machen können. Vorher natürlich unbedingt die Charakter wechseln. Ich habe keine Lust, dass ich unterwegs wieder keine Charakter wechseln kann. Ganz ehrlich. Das hier haben wir doch schon gemacht, oder? Ich mache das kurz nochmal. Da kommen wir ja nur da hinten raus. Na gut, die Punkte nehme ich mir jetzt mal mit. Das kann nicht schaden. Aber trotzdem finde ich das so. Viel muss es doch noch... Auf der Karte werden wir hier noch total viele... Ja, ihr seht die Karte selber. Total viele ist übertrieben. Zwei Steinchen werden wir hier noch angezeigt. Ich glaube, ich fliege dann, weil ich ja jetzt eh jemanden nehme, der fliegen kann. Ich fliege so nochmal auf dem Dach kurz vorbei. So, kleines Extra-Unschen. Charaktere. Und zum Flieger nehmen wir... den Mark 42. So. So, und jetzt sagt er, das ist weiter unten. Hier könnte ich theoretisch irgendwas machen. Ich weiß jetzt aber echt nicht, was. Hier kann ich... Das habe ich schon mal gemacht, aber... Hier war eigentlich nicht so prickelndes. Wer sich erinnert. Hat sich hier nichts getan. Rein gar nichts. Und sowieso kommen die ja immer wieder neu hierher. Kommt der da oben ab. Der da unten auch. Oha. Jetzt kommt da eine richtige Armee. Aber es gibt auf jeden Fall ordentlich Punkte, wa? Nicht zu wenig. Das ist ein Verfolgungsverkehr. Das ist ein Verfolgungsverkehr. Das fällt mir gerade so spontan auf. So, da oben kommt mal einer. Hey, das ist wie so eine Endlussschleife. Hier kommen immer wieder neue. Das ist vielleicht hier was anders. Ja, hier kommen direkt ganz viele neue wieder. Und außer Punkte sammeln kann man hier echt jetzt gar nichts. Ja, da hinten wäre auch nur eine Quest. Komm, machen wir erstmal die Flugmission. Dann sehen wir weiter. So erstmal... ...richtig hinstellen. Kann man anpassen. So, und dann... ...haben wir eigentlich schon verkackt durch meine kleine Verzögerung, die ich da hatte. Aber okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Wir haben das noch nie geschafft. Und im Übrigen ist, dass wir irgendwie... ...wirkt das Garten ein bisschen anders, als sonst... ...was ich das mal anmerken darf. Nö, jetzt kommen wir wieder da hin, wo wir immerhin wollen. Haben wir frei. Guckt euch die Zeit an. Das schaffen wir nie im Leben. So gut habe ich das noch nie bekommen. Ja, okay. Jetzt hat mich das da total irritiert mit den anderen blauen Pfeil. Ich dachte, ich habe... ...hätte da einen ausgelassen. Mann, no. So, wie viele Steine brauchen wir für diese Ecke hier. Da fehlen noch 10 Steine. 10 Steine. An die könnten wir uns eigentlich ran machen. Sollte nicht so schwer sein. Ich meine... 1, 2 Level. So, gucken wir mal. Ich verstehe das Problem an der Geschichte. Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir da rankommen. Ich bin ja unsichtbar. Ne, wisst ihr was? Dann nehmen wir jemand anderes. Wo ist... ...hier die nehmen mal? Black Window. Die hat nämlich so ein nettes Gerät. Ist unsichtbar. Fertig. Das kann ich hier überall lang, ohne dass ich mir da Sanderbad große Probleme machen muss. Eigentlich meinte ich Gedanken. Aber warum nicht? Probleme sind sie auch. Außer, dass ich runterfallen muss. So, komm, spring hoch, Kollege. Kollege. Entschuldigung. Oh, der Part ist auch schon wieder fast vorbei. Das heißt... Wir holen jetzt noch... Verdammt. Diesen Stein holen wir noch. Und dann... ...ist der Part vorbei. Und dann geht's in die... Dann nehme ich noch ein bisschen Kingdom Hearts 3 Chain of Memory auf. Und... ...da bin ich ja schon geduselt vor, weil ich im letzten Pfad diese Mission nicht geschafft habe. Ich nicht weiß, wie es sie diesmal schaffen soll. So, schon haben wir 41 Steine. Ging doch, oder? Sie hinten haben natürlich noch einen Charakter. Was will der? Diebe haben meine Milch geklaut. Ich habe ihre Fährte bis hierhin verfolgt. Aber warum klauen die Milch, wenn man die auch im Laden kaufen kann? Das riecht mir nach einer Falle. Hilft mir, diesen Schucken das Handwerk zu legen. Wow. So habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe den Fall schon verprügelt. Ich verprügelt schon wieder den Fallen. Aber er kommt ja eh immer wieder. Von daher... Ja gut. Ja gut. Warum verprügelt ich den noch konstant weiter? Jetzt mal ernsthaft. Kann ich dann nicht einfach aufhören, den zu schlagen? Und hier so... So, Iron Man, klärt das. Einfach konstant schießen jetzt nur noch. So. Pepper Potts. Pepper Potts. Pepper Potts. Nee. 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 Oh ja. Was war denn das hier? Wissenschaftleranzug. Nee, komm. Das war es jetzt. Der Part ist schon eh schon wieder ein bisschen länger. Ist zwar nicht so schlimm, aber... Oha. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Zuschauer und hoffe, dass wir im nächsten Part von Lego Marvel Supergirls wieder mit dabei sind. Bis dahin.